Guten Abend, wir berichten hier von der Eröffnung der 66. Nordischen Filmtage. Wir stehen gerade im Foyer der CineStar in Lübeck. In diesen und in weiteren Kinos werden bis Sonntag Filme der skandinavischen Kultur gezeigt. Zur Eröffnung wird Flow gezeigt. Dies ist ein lettischer Animationsfilm über eine Katze, welcher ihre Ängste überwinden muss. Nachdem der Film gezeigt wurde, werden wir noch ein Interview mit Günthes Cebalodis führen, welcher diesen Film produziert hat. Ich denke, es ist wirklich resonant. Ich denke, die Leute werden das verabschieden, und ich denke, die Filmmakers müssen auf die Emotionen und nicht zu viel überwinden, wie es technisch perfekt ist. Was haben Sie den Film gemacht? Ja, es ist sicher, dass, wenn es diese Ensemble cast gibt, wenn es mehrere Charaktere gibt, ich möchte, dass sie alle vollen Formen sind. Sie unterstützen auch den Hauptcharakter, oder beantworten den Hauptcharakter. Ja, einfach haben diese Balance, wo man genug Aufmerksamkeit hat, für alle Charakteren und sich mit einem anderen auszuheben. Es gibt einfach diese Dinge ohne Worte, auf eine größere Ebene. Ich denke, für einen Short Film, man sieht viele Shorten ohne Dialog, aber für Features ist es ziemlich raro, obwohl es heute ein paar Filme gibt. Ja, es ist sicher, dass wir alle Motivationen verstehen, und es gibt eine Backbone, die es unterstützt. Es ist deceptivistisch einfach, aber es machte etwas einfacher, dass es wirklich schwer ist.